Hallo, liebe Deutsch-Lernende! Ich habe gute Nachrichten für euch bzw. dies ist ein kleiner Teaser für die Leute, die Probleme mit der Grammatik haben, die Probleme mit der Satzstruktur haben und auch den Leuten, denen persönliche Entwicklung sehr gefällt. Also, was ich bald herausgeben werde, was ich bald veröffentlichen werde, ist ein Kurs über die deutsche Satzstruktur. Und ich habe auch noch weitere Kurse geplant. Ich habe einen Kurs geplant über Zeitmanagement. Ich habe einen Kurs geplant über Präpositionen. Ich habe einen Kurs geplant für Anfänger. All dies werdet ihr in den nächsten Monaten sehen. Ich bin damit zurzeit sehr beschäftigt. Das nimmt gerade sehr viel Zeit in Anspruch, diese Kurse zu erstellen und auch die Webseiten zu verbessern. Ja, ich werde beide Webseiten verbessern. Die Hauptwebseite wird komplett erneuert und die Akademie wird auch enorm verbessert. Und zwar werde ich die Webseiten jetzt multilingual machen, sodass Authentic German Learning bald in allen möglichen Sprachen verfügbar ist. Ja, also wenn ich genug Freiwillige finde, ich werde zu einem späteren Zeitpunkt mal danach fragen, wenn ich genug Freiwillige finde, die Texte aus dem Englischen oder aus dem Deutschen übersetzen in ihre Muttersprache, dann werde ich das auch anderen anbieten und dann können die Leute die Webseite und die Akademie auch in der Sprache lesen. Und dann ist es für euch vielleicht ein bisschen einfacher, Deutsch zu lernen. Und dann habt ihr immer die Übersetzung. Dann seht ihr das Deutsche und dann seht ihr nicht nur Englisch, sondern habt auch die Möglichkeit, dann Französisch oder Italienisch oder Arabisch oder was auch immer zu sehen, die Übersetzung. Okay, also das ist in der nächsten Zeit geplant. Und deswegen bin ich in letzter Zeit auch sehr beschäftigt. Und die Qualität der Videos wird enorm verbessert. Also ich werde auch mehr Untertitel anbieten, Untertitel auch in verschiedenen Sprachen, wenn sich genug Freiwillige finden und PDFs und MP3s und all sowas. Okay, also viel wird kommen. Diese Woche merke ich, habe ich gar nicht die Gehirnkapazität, ganze sieben Videos zu machen, deswegen diese Woche nur fünf Videos. Und ja, also ich möchte das nur als Update haben oder möchte dies nur kommunizieren. Es passieren gerade sehr, sehr viele Dinge im Hintergrund von Authentic German Learning und bald wird das Angebot, was ich dir geben kann, sogar noch viel, viel besser werden. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns später. Tschüss!